Auf dem Zaun hinter Wofob der Hahn und Krät Ich komm zu dir, mein hübsches Ding, sobald es eben geht Das zweite Schwert ist es für den Notfall Hör, hab Gnade, gib mir eine Krone, meine Mutter ist krank, wenn sie nichts zu essen kriegt, verhungert sie Na schön, ich gebe dir Geld, aber du musst mir sagen, wo die stinkende Hecke ist Das weiß ich nicht, behalte dein Geld, ich weiß nichts, geh weg, verschwinde Helfe einem armen Kerl Diese hübschen Vögelchen, die hier vorbeiflattern Auf die Knie vor dem ewigen Feuer Ja 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 Die Generation! Der Niedergang der Zivilisation! Ein Kunde mit Verstand wird sofort sehen, dass ich die besten Angebote auf dieser Seite des Ponta habe. Wachtmeister, kleine Pause bei der Hexenjagd? Meine Verehrung, verehrt es da. Bring uns das Übliche. Natürlich, immer weiter so. Dann bekommt ihr einen Sondertarif. Gut, ich bumms gerne, Sonderlinge. Und Nutten mit drei Titten gibt es in normalen Modellen nicht. Aufmachen! Wer bist du und was willst du? Ich sehe mir die Stadt an und bin neugierig, was hinter diesem Tor ist. Mein Schwager war neugierig. Sieht die Blümchen seit fünf Jahren von unten. Schau hin. Was siehst du? Gelbe Augen, Schwerter. Wohl ein mutierter Schlechter. Ich hörte, dies sei ein Treffpunkt für seltsame Leute. Das stimmt. Kennst du die Losung, kommst du für lau rein. Wenn nicht, musst du einen Obolus zahlen. Ich kenne die Losung nicht. Dann Geld her. Das könnte ein Problem sein. Dann komm wieder, wenn's gelöst ist. Ich mache das. Ich kenne das. Ich kenne das. Vielen Dank.